hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten trader talk heute werden wir ein interessanten thema ansprechen und zwar eine technik die dich im trading enorm weiterbringen wird das ist eine technik die bei allen unserer coaching teilnehmer super funktioniert hat und die auf einen neuen trader level gebracht hat und dafür gesorgt hat dass sie langfristig profitabel wurden so wir sprechen heute über oder beziehungsweise markus lasst uns diese technik noch mal ein bisschen beschreiben was sind die vorteile von diesen technik die vorteile von dieser technik ist dass ich generell mal nachvollziehen kann was habe ich denn gemacht die meisten war halten ihre trading statistik fest wenn wir uns trading statistiken anschauen dann haben wir kennzahl die sind natürlich wichtig aber was ist wenn ich dann die frage stelle was wie hast du den trader richtig gemanagt kann ich aus dieser reinen statistik nicht raus schließen also das heißt wir müssen uns eine möglichkeit geben von unseren fällen zu lernen weil wenn wir aus unseren fällen lernen sorgen wir dafür dass wir diese fehler nicht machen in der zukunft und das ausschalten von fehlerquellen oder fehler die wir in der vergangenheit gemacht haben führt automatisch zu mehr erfolg im trading das ist das erkenntnis die wir schon seit langem haben aber die müssen wir immer wieder vorführen unseren coaching teilnehmer dann sind sie auch diese erkenntnis haben weil das hilft in enorm dann besser im trading zu werden und einfach schneller profitabel zu werden vor allem das problem bei dieser technik ist dass viele diese technik einfach komplett unterschätzen auch aus bequemlichkeit dass ich gehe jetzt mal einfach zurück als ich angefangen habe dass ich mir dann irgendwann mal gedacht habe oder ganz einfach gedacht ich brauche das nicht da ich habe getradet und habe meine statistik geführt west war egal ich habe diese technik mir alles im kopf genau weil man dann auch meine meinung irgendwann mal kam bei mir dann der punkt nachdem ich ja nicht erfolgreich war wo ich mir gedacht habe und wenn da mal jeden erfolgreichen trader den ich kenne verwendet diese technik und welche arroganz plagt mich oder überkommt mich dass ich glaube ich habe das nicht nötig erst dann dass ich diesen gedanken hatte habe ich angefangen diese technik anzuwenden und für mich eine der wichtigsten techniken weil es ist dein bester lehrer im trading den du je haben kannst und viele auch sagen dass das dein bestes trading buch ist so du kannst natürlich aus büchern viel rauslesen also du kannst ja viel wissen sammeln so aber dann diese technik sammelst du das wertvolle wissen über dich selbst lernst du dich auf diese weise sehr gut kennen lernst du quasi deine stärken und schwächen und somit kannst du deine schwächen ja eliminieren und deine stärken stärken und somit ein besserer trader werden und vor allem die technik ist so simpel und einfach sie beansprucht nur ein bisschen zeit mehr ist es eigentlich gar nicht kleiner zeitaufwand den aber viele ja nicht machen aus bequemlichkeit also gesagt ich ziehe mir den schuh auch an war früher da genauso und lösen wir mal die technik auf langsam oder ich wollte jetzt noch sagen wenn es jemand zu uns kommt dann die erste frage stellen wir verwendest du diese technik und in 90 prozent der fehler da kommen die leute zu uns wenn sie jetzt nicht super erfolgreich sind die sind entweder nicht erfolgreich im trading oder wissen erfolgreichen sie wollen einfach noch erfolgreicher werden und 90 prozent von diesen menschen dann führen kein trading journal genau so simpel und einfach ein trading journal zu führen kostet ja ein bisschen zeit aber wie gesagt meist das meist unterschätzte tool was wir haben können ich sehe es in statistik gesprächen wenn ich dann die statistiken wir haben die kennzeilen wir wissen wann wir in den trade eingestiegen sind werden wir ausgestiegen sind und wie viel profit oder verlust wir gemacht haben aber wenn ich die frage stelle wie hast du dein trade gemanagt kommt das große fragezeichen weil ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern wie ich den trade von vor drei monaten gemanagt hat ja und wenn jemand sagt als trading journal zu führen ist aufwändig dann würde ich sagen du hast einen falschen trading ansatz natürlich wenn du daytrader bist ja und du machst over trading jeden tag 10 20 trades klar du brauchst für die aufbereitung dann wahrscheinlich zwei wochen wir sind swing trader rein statistisch gesehen nach zu und die einstelle haben wir circa zwei zweieinhalb trades pro woche und somit hält sich der aufwand der aufbereitung der trades in einem trading journal in grenzen aber wenn ich die dokumentation habe vor allem am ende des jahres mache ich durch die auswertung was ist gut gelaufen ist was weniger gut gelaufen ist und dann brauche ich die dokumentation um zu verstehen also was ich gut gemacht habe und was ich besser machen könnte ja es ist letzten endes so und vor allem der aufwand ist wenn man es mal real sieht gar nicht so groß gerade es wie du sagst wie als swing trader wir arbeiten sowieso aus unserem chart heraus für mich relativ einfach ich habe mein chart zeichne mir in meinem chart schon meine einstiege und ausstiege ein und ich muss nur ein screenshot machen und in einer powerpoint oder in einem wortdetail ablegen es kostet kaum zeit und vor allem ich habe meinen kompletten trade verlauf dort schon im chart notiert kostet wenig zeit aber hier kann ich am meisten lernen wie gesagt meist unterschätzt und ein bester lehrer den du haben kannst ja viele sagen da ich muss mich weiterbilden im trading und was machen sie kaufen ein neues buch lernen an eine neue strategie so umfassen ihren trading journal gar nicht an oder haben erstmal kein trading schon mal wenn man ein trading journal hat dann braucht man keine trading bücher mehr so man schaut einfach in den trading journal und man findet dort viel was man besser machen kann und auch viele neue trading ideen wie man mit der strategie mit der man die man hat und ich rede schon seit zehn jahren eine dieselbe strategie du übrigens seit wie vielen jahren schon sieben jahren wir treten dieselbe strategie seit vielen jahren und wir werden nicht müde quasi diese strategie noch besser zu entfalten dank dem trading journal kommen wir auf neue ideen wie wir den trend trade noch besser managen können damit wir weniger risiko haben mehr rendite damit quasi besser zu unserer trading psychologie passt also wie gesagt kaufende den kann man schöpfen aus einem trading journal und ich habe auch die erzählt wenn ich in einem flugzeug fliege dann habe ich drei stunden zeit was mache ich ich nehme meinen trading journal meine powerpoint und schaue mir die alten trades an lese was ich dazu geschrieben habe so und dann habe ich so viele erkenntnisse über mich selbst das kann mir kein trading buch schenke ich ja und vor allem wir lernen doch am besten aus den fehlern die wir gemacht haben nur wenn wir unsere eigenen fehler gar nicht erkennen wie soll ich dann daraus lernen lernen und wir sind einfach wir haben phasen da traden wir da gibt es viele möglichkeiten und dann gibt es phasen es gibt wenige möglichkeiten zum traden es gibt der markt einfach so vor ja dann nehme ich doch in phasen wo es wenig möglichkeiten gibt mein trading journal und dann halte ich mir in dem moment wenn ich die trading journal stelle sehe ich meine fehler die ich gemacht habe oder kann sie daraus erkennen und dadurch mein trading verbessern so aber wenn ich ja erstmal gar nicht weiß wo ich meine fehler gemacht habe weil ich es auch gar nicht dokumentiere wie will ich mein eigenen trading verbessern was ist denn das resultat letzten endes ja man versucht sich schon zu verbessern indem ich hier noch dieses buch lese dieses buch und dann fangt man an diesen indikator noch mitzunehmen diesen indikator mitzunehmen obwohl eigentlich die essentiellen fehlern ganz woanders liegen ja ja man ist dann gelähmt von vielen infos man weiß gar nicht was funktioniert was nicht das eine widerspricht dem anderen man sieht kein wald von lauten bäumen mehr ja weil man zu viele infos im kopf hat anstatt sich auf die strategie funktionieren die nachweislich positiven erwartungswert hat und versuchen wirklich das umsetzen der strategie auf einen perfekten niveau zu bringen nicht perfektes trading perfekt gibt es im trading nicht man kann immer irgendwas besser machen wir haben hier ein spiel mit wahrscheinlichkeiten hier das schreben nach perfektion sollte er das fokus haben schrieben nach eine perfekte trading routine die einfach solche fehler in zukunft aus mehr als weil jede fehler kostet uns rendite und dementsprechend wenn wir daraus nicht lernen dann zahlen wir noch mal rendite drauf für diesen fehler und ich habe keine lös für den selben fehler zweimal zu zahlen ich bin der meinung wenn ich ein prozess habe bei dem mir mein fehler auffällt ja und ich dann an diesem fehler arbeite so dann werde ich besser spare quasi rendite und habe am endeffekt weiß mehr geld auf meinem trading konto genau und letzten endes egal wie weit man schon ist als trader ja auch schon profitabel man ist schon profi aber jeder profi macht auch seine fehler ja das ist fand das mal so witzig weil ich nämlich meine e mail bekommen habe es war bei einem öffentlichen trade und da ist sogar dir ein fehler da unterlaufen und das habe ich dann auch so geschrieben und dann kam dann zurück das kann nicht sein max ist profi der macht keine fehler so ein bisschen schmunzeln müssen weil ich mir gedacht habe kein mensch ist perfekt jeder macht fehler und da ist ja auch gar nichts schlimmes dabei im gegenteil doch wir können ja doch unsere fehler wachsen und noch besser werden aber wir müssen unsere fehler dann erkennen und das passiert einfach kann ich oder passiert halt wenn ich mir meine trades genau dokumentieren und daraus lernen kann und wie heißt doch so schön wer schreibt der bleibt so ich habe mir fällt einen guten spruch ein und zwar der unterschied zwischen einem normalen menschen und einem sehr erfolgreichen menschen liegt darin oder zwischen einem erfolgreichen menschen und dem sehr erfolgreichen menschen liegt die anzahl der fehler die beiden gemacht haben sehr erfolgreiche menschen hat einfach zehn mal so viel fehler gemacht und deswegen ich bin nicht perfekt ich bin zwar profi aber ich möchte mich immer weiterentwickeln so und wenn ich mich weiterentwickeln möchte dann werde ich sachen ausprobieren da werde ich fehler machen hier ist es wichtig dass man aus diesen fehler lernt und das mache ich damit ich quasi diese fehler nächstes mal vermeide und dann auf neuen level einfach diese fehler nicht wiederholen und so besser werden deswegen mein entwicklungsprozess besteht aus probieren riskieren fehler machen daraus lernen sich weiterentwickeln deswegen ich nehme mir das recht auch in zukunft fehler zu machen so ich bin nicht perfekt also ich wurde auch nicht perfekt geworden ich bin zum erfolgreichen trader geworden indem ich sachen ausprobiert habe umgesetzt habe die risiken eingegangen bin immer die risiken überwacht habe dafür gesorgt habe dass mein kapital in erster linie geschützt wird ja so und das hat mich dazu gebracht und dahin gebracht wo ich jetzt bin also auf dem weg bin ich zu dem geworden was ich jetzt bin ich denke dass wir oder sehr viele das falsche mindset in punkto fehler auch haben wir scheuen uns ja fehler zu machen naja klein der schule dürfen wir keine fehler machen dafür hinaus schlechte note und zu hause gab es einen auf die löffel wobei wir doch fehler nur wachsen können aber wir müssen natürlich aus den fehlern lernen und daher trading journal und wie ich vorhin gesagt habe es ist gar nicht der große aufwand es ist wirklich trading journal zu führen oder das was nicht führend ist reine bequemlichkeit und gerade wir als swingtrader nehmt euren chart einfach her ihr zeichnet im chart eure einstiege ausstiege gewinnziele rein macht noch einen text dazu mit wie viel risiko er reingeht dann macht ein screenshot beim eingehen vom trade und ein screenshot wenn ihr fertig seid mit dem trade wenn ihr wieder draußen seid ablegen das ist eine arbeit also bei mir dauert das keine also bei einem trade brauche ich keine fünf minuten für ein trade und wenn es wie du sagst jetzt haben wir maximal zwei bis drei trades in der woche als als swingtrader wenn ich wenn es daran scheitert 10 bis 15 minuten fürs trading journal aufzuwenden dann weiß ich auch nicht wenn man die zeit dann nicht findet wie gesagt ist der beste lehrer ich glaube die 10 15 minuten sind wahnsinnig gut investiert ja und vor allem wenn man etwas älter als trader geworden ist so und man schaut sich alten aufzeichnungen also es macht schon spaß zu sehen wie man früher gedacht hat ja das ist auf jeden fall eine unterhaltung so ich habe versucht meinen kinder das vor als gute nachgeschichte vorzulesen so da kam nicht an ich wollte zweifeln mit einer klappe schlagen so aber spaß beiseite auf jeden fall kann man da nicht nur unterhaltung finden sondern auch viele sachen wo man noch mal bestätigt sich bestätigen einholt dass man auf dem richtigen weg ist so wie gesagt das ist sehr sehr wertvoll ich finde es auch also ich war es zum beispiel so ich gehe quartalsweise meine trading journal durch oder sehr gerne quartalsweise manchmal auch ein bisschen öfters das schöne ist auch wenn wir die die trading journal durchgehen dann finden wir diese kleinen einstellschrauben an denen wir spielen können um unsere performance auch am ende vom jahr zu verbessern es ist kaum aufwand aber es macht dann auch spaß und vor allem es ist wie bei den anderen sachen nehmen wir sport ja wir investieren zeit und energie und dann kommt dieser performance schub wir werden besser das macht uns ja auch stolz das gibt uns ein gutes gefühl und genau das können wir mit dem trading journal ja natürlich auch erreichen indem wir einfach regelmäßig drüber schauen die einstellschrauben noch mehr justieren und dadurch unsere performance und unser trading stetig verbessern ja und dann trading journal werden wir auch verstehen welche einstellschrauben es überhaupt gibt so an welchen man drehen soll und das eine oder andere einstellschraube fällt einem auf ja bei dem durchgucken des trading journals und du machst es richtig nicht am ende des jahres und quartalsweise damit die fehler einfach so schnell wie möglich auffallen und damit man sie abstellt so ein weit verbreitete fehler was einem auffällt in der trading statistik und auch im trading journal zum beispiel die gewinne zu schnell mitzunehmen so nun wenn man das am ende des jahres herausgefunden hat ja schön aber das ja schon vorbei wenn man das halt nach ersten quartal herausfindet und diesen fehler abstellt dann hat man am ende des jahres seit mehr rendite aber man kann es nur schaffen wenn man diese dokumentation hat und deswegen wenn einem zu viel aufwand ist ein trading journal zu führen dann muss man sich für einen trading ansatz entscheiden wie zum beispiel swing trading wo mit zwei trades pro buche der aufwand so gering so lächerlich gering ist dass wenn man das schon nicht mal ja schafft zu erledigen dann sollte man mit trading gleich sein lassen ja und vor allem das schöne ist wir machen ja alle irgendwann mal vielleicht mal so ein beispiel aus meinem trading das war letztes jahr ich hatte zu weihnachten oder vorletztes jahr war es ich hatte noch eine offene position in sojabohnen habe mir gedacht lass das über den weihnachtsurlaub jetzt so dann auslaufen und schau noch mehr wir haben den urlaub drauf super der ist jetzt im plus gelaufen ich kann diesen trade of break even setzen und ja weihnachtsmodus schon gewesen absolut im urlaub gehe noch schnell und lock mich bei meinem broker ein setz meinen 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 trade of break even abends schaue ich dann noch mal drauf und denke mir wieso ist jetzt meine position im minus ich habe doch den auf break even gesetzt und ich war schon so im urlaubsmodus dass ich auf den break even gesetzt habe aber ich habe die order nicht übermittelt dieser kleine fehler hat mich für 150 dollar gekostet überschaubar aber es war es schmerzt steht so groß in meinem trading tagebuch oder im trading journal ich weiß die nächsten fünf bis zehn jahre wird mir dieser fehler nicht mehr passieren weil ich in meinem trading journal immer wieder ganz groß über diese dicken zeile stolper dass ich die order übermitteln muss das sind so kleinigkeiten auch um so flüchtigkeits fehler die immer wieder mal passieren können einfach auszumerzen wie gesagt nur durch diese kleine technik weiß ich ich regelmäßig daran erinnert und es wird mir die nächsten fünf bis zehn jahre dieser kleine fehler nicht mehr passieren oder nehmen wir zum beispiel man hat mit hilfe von trading statistik herausgefunden dass man spikes im risiko hat was meine ich mit spikes man handelt nicht mit konstanten zwei prozent risiko pro trade sondern manchmal nimmt man sorge fünf prozent risiko pro trade und genau die trades werden dann ausgestoppt man braucht viele profitable trades und dann dieses von diesen verlust wieder rein zu holen und am endeffekt am ende des jahres stimmt die rendite nicht so und im trading journal findet man raus dann wenn man wie gesagt die notizen gemacht hat dass bei einem bestimmten markt das immer passiert so und dann wenn man darüber nachdenkt man findet raus dass dieser markt man in der vergangenheit erfolgreich gehandelt hat und besonders bei diesem markt schaltet sich quasi die gier so ich kann mehr verdienen das hat auch in der vergangenheit super geklappt so und man geht da mehr risiken ein und dementsprechend quasi wenn dieser trade nicht aufgeht zermatscht dass die trading statistik also die performance wird stark reduziert durch diesen risiko spikes weil man alle anderen trades mit dem standardrisiko nimmt ja und das fällt ihnen auf ja weil man alles dokumentiert hat ja bin ich ganz bei dir und vielleicht abschließend hier einfach zu diesem thema zu sagen nehmt euch die zeit für das trading journal es ist euer bester lehrer den ihr haben könnt da könnt ihr noch so viele profi trader in ausbildung gehen lernen tut ihr am ende aus euren eigenen fehler und die müsst ihr dokumentieren damit ihr auch diese fehler seht oder sieht nehmt die zeit gerade im trading ansatz trading journal es ist wirklich kein großer aufwand so danke markus also erstes erkenntnis wir werden wachsen wenn wir an unseren fehlern arbeiten zweitens wir brauchen eine technik die uns erlaubt diese fehler zu entdecken und wir müssen uns an die ereignisse erinnern die uns zu diesen fehlern bewegt haben das heißt das alles schaffen wir mit einem trading journal also das ist die technik die uns das alles ermöglicht somit ja machen wir trading journal führen wir trading journal geben uns die möglichkeit die fehler zu entdecken nächster schritt an diesen fehler zu arbeiten und dann noch besser und noch profitabler zu werden ja das wünschen wir dir so und ich bedanke mich bei bei marcus für einen tollen themenvorschlag so wenn du jetzt irgendein thema von uns besprochen werden haben möchtest dann schreibt in den kommentaren den themenvorschlag wir werden das im nächsten trader talk aufgreifen wenn dir diese trader talk gefallen hat daumen nach oben so abonniere dieses kanal um nächste trader talk folie nicht zu verpassen dein marcus wieser danke für die einladung ich muss mich selbst vorstellen dann und max schultz wir sehen uns beim nächsten trader talk